Ich bin der Flamore Schale, wir haben den Donnerstag, 28. Ok. 2021, Primfaktorzerlegung, Zahl 40, das ist gleich 2 mal 20, oder wir sehen direkt, das ist 4 mal 10, und das können wir aufteilen in 4 mal 2 mal 5, und dann sehen wir das 4, das können wir auch noch aufteilen in 2 mal 2, und dann nehmen wir 2 mal 5, oder anders gesagt, 2 hoch 3 mal 5. 2 mal 2 mal 2, das ist 2 mal hoch 1, also 2 hoch 1 mal 2 hoch 1 mal 2 hoch 1, und das ist 2 hoch 1 plus 1 plus 1, und das ist auch 2 hoch 3. So sieht Primfaktorzerlegung von 40 aus, wir können das auch grafisch machen, indem wir hier 40 nennen und das aufteilen in... 2 mal 20, und dann haben wir hier wieder 20, 2 mal 10, und dann sind wir hier bei 2 mal 5. Und das ist 1 und 2, und das ist 1 und 2, also Primzahl, weil es nur durch 1 und durch sich selber teilbar ist. Hier haben wir nochmal das Gleiche, und hier nochmal das Gleiche. Und bei 5 ist das auch nochmal so. Gut. 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 Gut.